So, erstmal alles hier links von der Straße. Ich finde, das ist so ein geiles System, dass sie hier mit reingebaut haben. Und mal einfach ein komplettes Siedlungsmanagement-System in einem Fallout-Spiel. So, die nehmen wir mit. Sekunde. Ah, Verzeihung. So. Erstmal alles verramischen. So. 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 erstmal die Betten hier rein. Kein Stoff mehr, na aber schon mal genug Blätten. Kein Stoff mehr. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, bis zu diesem Haus. Nein, das ist wirklich... Nicht so spannend fürs Let's Play. Das war's für heute. 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 Da hab ich noch ein paar Zäunen gesehen. Das reicht jetzt hier erstmal mit Aufräumen. Und Betten sind ja auch wie gewünscht angelegt. So ist er. Hey, Sturges. Fünf Leute, das heißt, zwei Wasserpumpen. Hey, Sturges. Ja, ja. Ja, ja. Ich fang' ich fang' ich fang' ich fang' gleich mit dem Anpflanzen an. Ich fang' 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 ich fang Noch nicht mal Tatoes, Sauerei. Noch nicht mal Tatoes, Sauerei. So, kümmert sie sich schon drum, sehr gut. Ah, Flaschenkürbis. So. Ich hab noch keine Tatoes und nix. Das wird nachher das Wichtigste, die Tatoes. So, dich nehm ich mal auch mit. So, ich hab noch keine Tatoes. So, ich hab noch keine Tatoes.